In DDS-CAD 16 heben wir das Management von Verteilung auf ein neues Niveau. Dazu haben wir den Verteiler-Manager für die neue Version mit einigen neuen Funktionen ausgestattet. Zum Beispiel können Sie Verteiler jetzt einfach per Drag & Drop in das Modell einfügen. Nach demselben Prinzip ist es auch möglich, Unterverteiler mit einer Hauptverteilung zu verbinden. Um die Übersicht in großen Projekten zu verbessern, lassen sich zudem die wichtigsten Stromkreis-Parameter eines gewählten Verteilers anzeigen. Des Weiteren ist der Dialog jetzt vollständig mit der Stromkreis-Liste und dem Eigenschaften-Fenster verknüpft. Auf diese Weise haben Sie alle Stromkreis-Informationen, die Sie benötigen, an einem Ort. Außerdem zeigt der Verteiler-Manager ab sofort auch überlastete Sicherungen an. So ist die Sicherheit Ihres Projektes stets gewährleistet. Und das ist noch nicht alles. Schaltpläne und Reporte können jetzt direkt aus dem Verteiler-Manager heraus generiert werden. Sie sehen, mit DDS-CAD 16 managen Sie Verteilung einfach, effizient und schnell. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Musik Musik